Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ding hinter mir gebaut habe und was ich mir dabei gedacht habe, dann bleibt einfach mal dran. Immer wenn wir grillen wollten, mussten wir den Grill aus dem Schuppen rausholen, auf die Terrasse stellen. Dann haben wir gegrillt, alles schön und gut. Danach den Grill wieder wegpacken, ab ins Schuppen räumen, Haube rüber, fertig. Das ging uns so richtig auf den Kranz. Also wir wollten einen festen Platz für unseren Grill haben. Dann haben wir uns gedacht, wir basteln uns mal eine Outdoor-Küche. Erstmal mussten wir aber klären, was steht uns überhaupt zur Verfügung. Das war ein Akkuschrauber, eine Stichsäge, einen Zollstock und eine Wasserwoge. Und dann brauchen wir noch jede Menge Holz, Schrauben und vor allen Dingen eine gute Idee. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber wenn ich mir so einen Blödsinn in den Kopf gesetzt habe, dann schwirrt das auch die ganze Zeit im Kopf rum, und zwar Tag und Nacht. Den ganzen Winter über habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das Ding hier umsetze. Mein erster Gedanke dabei war, dass ich hier einfach das Dach erweitere mit ein paar Balken und darunter eben die Küche baue. Problem dabei, ich wäre hier so niedrig gekommen, weil ich auch ein gewisses Gefälle für das Dach brauche, wäre ich hier so niedrig gekommen, dass ich mir ständig den Kürbis gestoßen hätte. Also musste eine andere Idee her. Bei uns im Baumarkt, da gibt es so ein Ding, das nennt sich Universalunterstand oder Bikeport, ist so circa 2 x 2 Meter, hat ein transparentes Dach, wie ich das auch haben wollte, damit hier genug Licht reinkommt. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mir das Ding angeguckt habe. Ich habe bestimmt 15, 20 Mal darunter gestanden, da bin ich rundherum gegangen, habe es gemessen. Könnte das das Richtige sein? Ist es das, was ich will? Ist es das, was ich mir vorstelle? Achso und Chef, falls Sie zugucken, ich habe das natürlich außerhalb meiner Arbeitszeit gemacht. Na ja, da stand ich da die ganze Zeit hinter, drunter und rundherum und irgendwann habe ich beschlossen, okay, das ist das Richtige, so will ich das machen. Mein Grundgedanke war dabei, dass ich diesen Universalunterstand ungefähr ein Meter von der Hütte weg aufbaue, das als Zentrum nutze und von diesem Zentrum aus einzelne Nischen abgehen. Und im Grunde habe ich dann nichts weiter gemacht, als hier ein Untergerüst anzubauen, worauf dann die Glasbretter raufgeschraubt werden. Also nichts weiter als eine einfache Holzterrasse. Die Fläche hat dann so ungefähr 3,60 m x 2,80 m und somit hatten wir die Grundlage für alles andere. Der Rest, der war dann gar nicht mehr so schwer. Da habe ich einfach hier ein Grundgerüst aus Dachlatten, also Latten 40 x 60 mm. Da habe ich ein Grundgerüst mitgebaut, Blockhausprofile gegen, fertig aus. Diese kleine Überdachung hier ist mit einer leichten Schräge, so dass hier der Regen nicht sofort raufplattert. Klar, das regnet hier auch mal rein, wenn hier der Wind unterwegs ist, aber das ist nicht so weiter wild. Das dreht sich ja nur darum, wenn wir hier bei leichten Regen mal ein bisschen was grillen wollen, dass wir dabei nicht nass werden. Einerseits soll das hier nicht rein regnen. Andererseits muss ja der Qualm vom Grill irgendwie abziehen. Und das haben wir so gelöst, dass das Dach hier ziemlich weit übersteht, aber zu den Seiten hin offen ist. So kann hier der Qualm rundherum abziehen und wir müssen hier nicht mit der Gasmaske grillen. Der ganze sieht jetzt so aus, dass wir hier drei so Nischen haben. Die erste Nische hier, da unten ist ein Stauraum für die Gasflasche, für die Kühlbox, hier oben drauf eine Arbeitsplatte. Die haben wir so gemacht, dass wir hier eine USB-Platte drauf geschraubt haben und darauf die Fliesen geklebt haben. Hier drauf steht die Planscher. Zur Planscher komme ich aber später nochmal. Und auch hier, hier haben wir unten den Stauraum für Geschirr und all so ein Gedöns, alles was man so braucht. Hier kommen irgendwann auch noch Türen rein, da habe ich jetzt aber keinen Bock mehr drauf. Das kommt vielleicht im Herbst oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist alles funktionsfähig. Wir haben hier auch wieder die Arbeitsfläche. Dann haben wir hier unseren alten Campinggastkocher, der ist schon ziemlich ranzig und fängt schon an zu rosten, aber der tut seinen Dienst, also was soll's. Hier oben haben wir so ein paar Ablageflächen für Gläser, für Schüssel, Schalen und so weiter. Chlor, Pfeffer und Salz, das Wichtigste und Öl. Da hinten hier ein Besteckkasten, da hat normale Gedöns, was man nur bei der Küche so braucht. Hier beim Grill, da hatte ich erst überlegt, dass ich diese Seitenteile komplett abbaue und den so fest integriere, dass er wirklich komplett fest drinne steht. Nun habe ich mal ein bisschen mehr überlegt, so ein Grill wird ja warm. Ja, wenn man Glück hat, wird er sogar heiß. Aber heiß und Holz kommt irgendwie nicht so gut, wenn man an den Brandschutz denkt. Und das hat schon irgendwo seinen Sinn, dass so ein Grill überall so eine Luftlöcher hat, damit da überall Luft rankommt und Sauerstoff und so weiter. Also denke ich mir, lass die Seitenteile mal lieber dran, weil wenn die zu dicht mit Holz zusammen sind, kann das gut mal sein, dass wir nicht das Fleisch, sondern uns selber grillen und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Genauso sieht das hinten aus. Hinten ist auch alles offen, damit rundherum um den Grill auch Luft ist und kein Holz. Das war schon, war mir dann schon sehr wichtig, nach ein bisschen überlegen. Und außerdem kann das bei so einem Gasgrill ja mal sein, dass man auch einen Fettbrand hat und da muss man das Teil mal ganz schnell aus der Gefahrenzone bringen. Und dazu muss ich den auch mal rausziehen können. Also zack, da muss er weg und fertig. Nicht, dass die Hütte hier abfackelt. Damit wir immer alles griffbereit haben, da haben wir hier alles so hingebaumelt. Also Püttel und Pan und das Werkzeug, was man so für Grill und Kochen braucht. Und da unten haben wir noch ein paar Gewürze und ach weiß der Himmel, all so ein Gedöns, was man eben so braucht. Und in dieser Ecke, da haben wir hier so ein paar Plastikdosen, hier mit hier Mehl, Zucker, Salz und so. Alles, was so feuchtigkeitsempfindlich ist, weil es ist nur mal eine Außenküche und hier wird es nachts auch feucht. Und wenn wir das einfach nur in so einer Packung drin hätten, dann würde der Zucker zum Beispiel steinhart werden oder das Salz. Ja, das schockt irgendwie nicht so. Also ab in Plastikdosen hilft ja nichts. Ja, und zum Schluss, da kam noch ein bisschen Deko dazu. Hier so ein Schild, so ein Blechschild mit Hotdox Delicious. Oder hier Burgers, Best Price in Town, 6 Dollar. Noch ein Blechschild, Kaffee, morgens ganz wichtig. Und hier, damit ich weiß, was überhaupt für ein Tag ist. Und das wichtigste Schild, wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. So, nun bittet mal an der Zeit, dass ich euch mal die Plancha vorstelle. Viele Leute kennen das nicht, also will ich das Ding mal erklären. Aber eines vorweg, wir betreiben ja grundsätzlich kein Produktplacement, deswegen habe ich den Namen hier abgeklebt, von welcher Firma das ist. Wenn ihr wissen wollt, von welcher Firma das ist, dann schreibt uns einfach mal per E-Mail an. Die E-Mail findet ihr in der Videobeschreibung. Kein Problem, dann werde ich euch einen Link geben und dann könnt ihr gucken, ob das das Richtige für euch ist oder auch nicht. Wie gesagt, wir betreiben grundsätzlich kein Produktplacement. Nicht, weil wir das nicht gut finden, sondern andere machen das und wir finden das auch gut, weil man sich dadurch auch viele Ideen holen kann. Aber es ist einfach nicht unser Ding. Das heißt, wenn angenommen, ich würde jetzt ein Angebot kriegen von irgendeinem Hersteller, Lieferanten, wie auch immer, dann würde ich ja was geschenkt kriegen. Und wenn ich was geschenkt kriege, dann finde ich das grundsätzlich gut. Also ich wäre nicht kritisch genug. Und genauso wie wenn das jetzt ein Billigteil wäre, ich wäre nicht kritisch genug. Wenn es billig ist, ist es sowieso immer gut für mich. Und wenn es auch funktioniert, vorausgesetzt. Aber wie gesagt, wir finden Produktplacement grundsätzlich in Ordnung, weil man sich damit ein schönes Bild machen kann. Wir machen es nicht. Es ist nicht unser Ding. Fertig, aus. Was ist also eine Planscha? Also eine Planscha ist ja im Grunde nichts weiter als eine große Pfanne. Die Idee kommt aus Spanien. Da hat man sich gedacht, statt auf einem Grillrost kann man ja auch auf eine Eisenplatte grillen. Das hat einige Vorteile. Hier kann ich dann auch mit Flüssigkeiten oder mit kleinen Sachen, mit Gemüse und so weiter rum hantieren, ohne dass mir das in die Flamme fällt. In erster Linie besteht das Ding hier aus dieser Eisenplatte. Das Ding, das wiegt so ungefähr 20 Kilo. Und darauf wird das Grillgut gegart. Die hat hier oben, da hat sie ein Loch, wo überflüssige oder überschüssige Flüssigkeiten abfließen können. Diese Eisenplatte, die wird beheizt durch zwei große Gasbrenner. Also diese hier, in diesem Fall ist das so, dass sie wirklich sehr groß sind, über die ganze Fläche gehen. Es gibt einige Planschas, da muss man ein bisschen drauf achten. Die haben dann relativ kleine Brenner, die so kreisförmig in der Mitte sind und wo meiner Meinung nach die Temperaturverteilung gar nicht so optimal ist. Das heißt, man hat dann in der Mitte mehr Hitze als an den Rändern. Finde ich nicht so gut. Hier ist es schön flächig und so wird die Platte auch gleichmäßig geheizt. Nun könnte man ja sorgen, dass wir hier auch eine Pfanne heiß machen können und haben den selben Effekt. Ist nicht ganz so, weil wir haben hier ein Loch, in dem überschüssige Flüssigkeit abfließen kann. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mit Rotwein arbeite, zum Beispiel Rindfleisch oder so und das nochmal mit Rotwein übergieße, dann wird das nicht gekocht, sondern weiter gebraten und der überflüssige Rotwein fließt hier über das Loch ab. Dadurch nimmt das Fleisch mehr das Aroma an von dem Rotwein, aber wird nicht gekocht. Das ist das Wichtige daran. Diese Flüssigkeit, auch überschüssiges Öl übrigens, läuft hier komplett ab und läuft hier in diesen Becher rein. Das ist nachher auch der Vorteil beim Saubermachen, das zeige ich euch später. Jetzt kriege ich aber langsam Hunger hier von dem ganzen Geschnacke. Das wird erst mal Zeit, dass ich da mal was zu essen drauf mache. Das, was ich jetzt gleich drauf mache, kann man zwar auch in der Pfanne machen, aber nicht auf dem Grill. Und ich mache es jetzt auf der Planscher, weil das macht einfach Laune. Dazu brauchen wir eine Kartoffel, ein Ei, anderthalb Esslöffel mehrerlich, ein Becher Schmand, Räucherlachs und noch eine Zutat aus dem Gewächshaus. Und das ist Dill, der wächst hier in diese Ecke, mehr oder weniger zufällig. Ich habe hier letztes Jahr mal ein bisschen Saat hingeschmissen. So, der ist gekeimt hier und hat uns schon gute Dienste geleistet. Da nehme ich mal ein paar Dinger von App. So eine Handvoll dürfte reichen. So, jetzt habe ich die Planscher, die mache ich jetzt auf kleinster Flamme. Beide Seiten, kleine Flamme, fertig. Die Kartoffel ist geschält und die wird jetzt zerrieben. Das Ei dazu. Bisschen Salz und jetzt wird es wichtig. Das ist geräuchertes Kalahari-Salz. Mit keinem anderen Salz funktioniert das. Also, geräuchertes Kalahari-Salz müsst ihr unbedingt haben. Und eine vernünftige Batterie. Ist natürlich Quatsch mit dem Kalahari-Salz. Ich weiß auch nicht, wo ich den Scheiß her habe. Habe ich irgendwann mal aufgeschnappt hier. Naja, ist eben so. Braucht man eigentlich nicht. Geht auch mit normalem Salz. Und noch ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze schön vermatschen. Ein bisschen Öl auf die Planscher. Und dann die Kartoffeln so in drei Portionen. Einen kleinen Kekse formen hier. Und das darf ich jetzt erstmal schön vor sich hin brutzeln. In der Zwischenzeit hacke ich jetzt den Dill klein. Der klein gehackte Dill kommt jetzt zum Schmand dazu. Und dann kommt noch der Mehlrettich damit rein. Einfach nach Geschmack. Hier sind das jetzt anderthalb Esslöffel. Und wird das ordentlich verrührt. Die Röstis, die sind jetzt so ungefähr 10 Minuten auf einer Seite angebraten. Jetzt kommt die andere Seite dran. Und das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Hier auch nochmal 5 bis 10 Minuten. Und dann sind die Dinger fertig. Während hier das Ganze noch vor sich hin brutzelt, noch ein kleiner Hinweis. Falls ihr auf den Bolzen kommen solltet, hier so ein Ding nachzubauen, dann achtet unbedingt drauf, dass wenn ihr hier Gasflaschen drin habt, Gas ist schwerer als Luft und sagt immer nach unten. Kann sich aber nach oben hin aufbauen und das wollen wir nicht. Daher müssen unten genug, auch vielleicht nach außen hin, genug Luftlöcher sein, damit Gas auch hier wieder abfließen kann, falls es mal austreten sollte. Ansonsten, wenn ihr euch nun die Zerrette ansteckt, dann steht ihr auf einmal ohne Haarräder. Wäre doch blöd. So, die Röstis sind soweit fertig. Die kommen jetzt hier auf den Teller. Überall einen Schlag von der Sohnsee rauf. Und zum Schluss den Räucherlachs. Da habe ich ja versprochen, euch zu zeigen, wie man so ein Ding sauber macht. Und das ist sowas von simpel, nämlich auf die heiße Platte einfach Wasser rüber. Und jetzt brotze ich die Alte schön hoch. Und dann schiebe ich den Überschuss einfach durchs Loch. Kann ich auch schon mal ausmachen. Und wenn das jetzt abgekühlt ist, dann öle ich das noch mal ein bisschen ein und schon ist das Ding sauber. Jetzt muss ich ja noch mal gucken, ob das überhaupt schmeckt, was ich mir zusammengeschustet habe. Teste ich mal. Astro eine Kombination. Das ist so einfach gemacht, so schnell und simpel. Richtig feine Sache. Könnt ihr auch in der Pfanne machen. Überhaupt kein Act. Ich habe es auf der Plancha gemacht. Pfanne geht genauso. Also ruhig nachkochen. Wirklich saulecker. Gute Kombination mit hier Meerellich und Schmand und dann mit dem Dilder drin. Richtig eine feine Sache. So, wenn ihr es nachkochen wollt, macht das einfach. Ich verlinke das Rezept mal einfach unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr genauso in der Pfanne machen. Und in diesem Sinne sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich esse es erst mal auf. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.